Hallo ihr Lieben, das ist heute mein Patropo-Aktionscoach, meine vor allem in den Kurse. Ihr könnt es auf liebeschip.de, folgt mir auch gerne auf Twitch, das ist aber sehr random, was wir da machen, auf Twitter und Instagram, überall, Liebeschip. Und ja, heute haben wir das spaßige Thema, der Ex taucht wieder auf, den man so schön überall geblockt hat. Klassiker. So, hallo Christian, vor drei Jahren habe ich auf deine Videos gestoßen, da ich ganz schlimm Liebeskummer in einer toxischen Beziehung hatte. Vor allem deine Rotkreuz-Übung ist Modul 0, hat mir sehr geholfen, aus den Gedankenspiralen herauszukommen. Immer noch der zweitgebucht, häufigst gebuchteste Kurs, der Liebeskummer-Kurs. Ähm, aber auch die Dating-Kurse sind hart am Aufholen. Ich buchte nach und nahm mehrere Kurse, Dating-Kurs für Frauen, Selbstliebe-Challenge natürlich die Basics 0 und 1 und noch weitere Kurse. Auf einmal sah ich klar und entdeckte viele toxische oder sagen wir mal dysfunktionale Beziehungen in meinem Umfeld und auch in Freundschaften und sogar in der Familie. Ich würde sagen, dass ich mein Liebeschipfe immer weiterentwickelte und nicht gut auf meine Standards geachtet habe und diese eingefordert habe. Bei roten Flaggen grenze ich mich manchmal vielleicht etwas zu hart ab. Im letzten Jahr, vieles angeschoben und fahre jetzt die Ernte ein. Es beginnt mein nice geiles Leben. Ja, ich wollte auch nochmal hinweisen, das war eine Zeit lang auch mal sehr populär. Der Kurs habe ich jetzt aber lange nicht mehr zu gesagt. Spiritualität und nice geiles Leben, das war ein sehr cooler Kurs. Ähm, nun passiert folgendes, also nehmen wir mal vor, Mann, und ich fühle mich richtig gut. Nun passiert folgendes, der Typ, der mir vor drei Jahren diesen schönen Liebeskummer mal beschert hatte. Was kommt jetzt? Hm, was wird jetzt kommen? Es war der toxische Kreislauf, wie im Buche steht, meldet sich plötzlich via WhatsApp bei mir und sagt, was wird er jetzt sagen? Wird er sagen, ich denke an dich? Oder wird er sagen, ich vermisse dich? Können auch Wetten abgeschlossen werden. Äh, so, er sagt, dass er mich denkt. Okay. Und dass es mir, hofft, dass es mir gut geht. Minimaler Aufwand, drei Sekunden so einen Dreck geschrieben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du so liebessüchtig warst, warum ist der Mensch nicht geblockt? Big fucking Fehler. Äh, man kann sich gegen diese Liebessucht, kann man sich unheimlich schlecht wehren, wie gegen alle, also das ist jetzt keine offizielle Sucht, aber meiner Ansicht nach, wie gegen alle Süchte, äh, bleibt man anfällig. Und das ist der Grund, warum die geblockt werden, nicht weil die so böse sind, das könnte jemand wegen auch aus dem Grund machen oder, oder was weiß ich, aber das wollen wir ja gar nicht hier so explorieren, ähm, über eine negative Haltung, sondern du machst das, um dich zu schützen vor deiner eigenen Liebessucht. Deswegen, wenn ihr eine hochtoxische, liebessüchtige Beziehung hattet, sollten die Menschen lebenslang geblockt werden, so, ne, weil ihr wisst nie, wenn man, äh, also Rückfallgefahr ist einfach da, ne, vor allem wenn du in der Zwischenzeit keine neuen Beziehungen hattest, deswegen ist das manchmal auch echt, manchmal sollte man echt einfach mal eine neue Beziehung haben danach, dass sich das alles ein bisschen drüber legt, aber ich, äh, also die Rückfallgefahr besteht, lange, 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 vielleicht sogar lebenslang, ähm, und, ist jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches, also fast alle haben Rückfälle irgendwie, äh, ja. Wahrscheinlich sagst du jetzt, wieso kann der überhaupt Kontakt aufnehmen? Ja, ja, du hast recht, ich hatte ihn blockiert, dann gelöscht und wahrscheinlich ist somit die Blockade aufgehoben. Also, soweit ich WhatsApp kenne, ähm, ist, bleiben die Leute blockiert, auch wenn du sie löscht, so, weil die, die blockieren ja nicht den Kontakt, WhatsApp, sondern die Nummer und, ja, aber vielleicht ist es auch einfach ein Versehen, äh, dann hast du einfach Pech gehabt, so. Äh, aber ich vermute mal, dass du ihn irgendwann entblockt hast, so, kannst du dir nochmal überlegen. Äh, auf jeden Fall steht jetzt diese Nachricht, wie ein rosafarbener Elefant, das ist kein rosafarbener Elefant, das ist ein schlammfarbener Elefant, äh, im Raum, in meinem Kopf arbeiten zwei Stimmen gegeneinander. Ähm, ja, die, weiß ich jetzt schon, die vernünftige Stimme und die liebessüchtige Stimme, ne? So, die eine sagt, löschen, blockieren, abhaken, das teilt ihr nicht gut. Äh, jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ähm, ihr wisst ja gar nicht, wie die Beziehung war, aber für mich definiert sich toxisch aus liebessüchtig und das ziehe ich hier so raus, ne? Du hast auch toxisch benutzt, du hast gesagt, ganz stimmt, bestimmt mal Liebeskummer, ähm, ja, ich vermute mal, dass das so das Thema hier ist, ne? Äh, die andere sagt, Menschen können sich ändern, es wird massiv überschätzt, das Änderungspotenzial von Menschen, insbesondere was Beziehungen angeht, es mag ja sein, dass Menschen sich ändern können, dass sie sagen, ähm, ja, ich mag jetzt nicht mal Pizza Weiß, ich mag jetzt lieber Pizza Margherita oder, äh, ich spiele jetzt nicht mehr Feldhockey, sondern ich spiele jetzt Handball, natürlich können Menschen sich ändern, aber so innerhalb von einer mal statt gewesenen Zweierbeziehung, vor allem, wenn die noch toxisch war, da gibt's meiner Ansicht nach praktisch keine Änderung, so, ähm, einfach weil diese Dynamik da ist und auch abgespeichert ist, so, äh, in euren Köpfen, so, ne? Selbst wenn sich diese Person jetzt geändert hat, ist, äh, die Gefahr, dass man ruckzuck in die alten Muster rutscht, auch die angeblich geänderte Person, deswegen sage ich immer, ähm, so viele Leute, die in toxischen Beziehungen waren, gibt's keine Änderung von Menschen, gibt's einfach nicht, fertig. Also, das können wir schon mal abhaken. Hoffe, das war verständlich, wie ich das jetzt meine, ähm, vielleicht hat er eingesehen, was er mir angetan hat, will sich auch richtig entschuldigen. Ja, aber davon ist hier überhaupt nicht gerede. Hast du einen zehnseitigen Brief gekriegt, wo alles, ähm, aufgeführt wurde, was er dir angetan hat, für, äh, ich meine, wenn Leute wirklich in, sagen wir mal, in SLA-AG, ne, Sex and Love Addict Anonymous, da gibt's ein Zwölf-Punkte-Programm, wo die sich ausführlich mit sich auseinandersetzen, mit dem, was sie auch mit, was ihnen angetan wurde, was, an, was die anderen angetan haben, äh, und die könnten dann, äh, einen zehnseitigen, äh, Brief schreiben, was sie dir angetan haben, warum, wie sie das wieder gut machen wollen, äh, das ist ja alles nicht der Fall, es ist einfach nur diese Drecks, WhatsApp, sorry, dass ich das so hart sage, mit, ich denke an dich. Das ist ja alles gar nicht der Fall, woraus, das sagt mir, dass du, dass du ja gerade einen Rückfall hast, ähm, was, wie gesagt, den allermeisten passiert, den meisten ein bisschen früher, ähm, weißt du, vielleicht bist du auch gerade in einer, nicht so, vielleicht ist doch gerade irgendwas Blödes passiert, die letzten Tage oder so, keine Ahnung, was die anfällig macht, ähm, vielleicht ein letzter Test des Universums, wie eins, wie eins meintest du's mit der Trennung, ne, äh, und, ja, es ist, wie es ist, was soll man dazu sagen, es passiert, ähm, aber ich sehe nur die Drecks, WhatsApp, äh, vermisst dich, sonst nichts, keine Auseinandersetzung, gar nichts, ne, insofern können wir das auch abhaken, äh, Oman, ist das eine Probe des Universums? Ja, definitiv, ich bin gerade ratlos und kann mich nicht entscheiden, was ich tue, aber du bist immer so klar und brichst Verhaltensweisen auf das Wesentliche runter, Christian, was redest du mir, also ich rate dir natürlich nicht zu antworten und ihn jetzt zu blockieren und, äh, wieder den Liebeskummer kurz zu machen, den hast du ja, weil das wird ja jetzt wieder ein paar Tage dauern, ne, bis das, äh, oder auch vielleicht sogar ein paar Wochen, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel Energie du jetzt reingibst und wieder rote Kreuzübungen und die ganzen Sachen, ist, wie es ist, ne, wie gesagt, es passiert, ist jetzt auch, äh, insofern nicht schlimm, so, ne, ist es halt so, muss man sich mit dem Scheiß immer auseinandersetzen, ähm, aber, ja, und ansonsten, wenn du das nicht machst, wird es, äh, den vorgesehenen Ablauf nehmen, es wird, äh, ja, wird, äh, nach vielleicht irgendwas Schwimmen, also in Anführung gestrichen, also irgendwas Dopamin-mäßigen, was passiert, äh, wird es in, äh, Lichtgeschwindigkeit den gleichen beschissenen Verlauf nehmen wie vorher und, ja, bist du dann mit einem oder, äh, äh, ja, gut, ich will es da jetzt nicht anträgern, aber wird es, äh, sicherlich, äh, verletzt werden und, bis dann wieder auf nur Kontakt gehen müssen, so, ähm, aber ich kann das, äh, will da gar nicht so flapsig sein, ich kann das dem Mann nicht empfehlen, ähm, also was mir mein Coach damals in so einer Situation gesagt hat, das ist wie, wenn du mit verbundenen Augen über die Autobahn gehst und hoffst, dass dich kein Auto erwischt, ne, wenn du da jetzt weiter drauf eingehst, also das ist nicht ungefährlich, ne, für deine Seele zumindest nicht, also, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass egal was ich rate, die Leute machen, was sie machen, aber trotzdem meinen Rat hast du jetzt, schauen wir mal, was passiert, kannst du ja nochmal schreiben, wir sind im Sinne, wir sehen uns mal wieder, ciao ihr Lieben. Wir sehen uns mal wieder, 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 wir sehen uns mal wieder,